Oh, vergiss dich, du Kuh. Ja. So, haben wir. Schwelnde Glut, Faktsilber, Feuerwappen. Mir fehlen aber noch so einige. Ja. Na gut. Kannst noch was hier? Meine ganze Rage ist weg. Warum auch immer. Ja. Kann ja keine aufbauen. Nö. Sekunde mal, Leute. Ah. Ja. Gerade so lecker. Naja. Ja, wenn, hätte und aber. Oh, das scheint hier ziemlich heiß. Jetzt kommen wir hier hoch, ho, 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 ho. Hier nimmst du ja schon Schaden nur durch die Hitze. Aha. Sehr gut. Hoffentlich habe ich hier nichts vergessen. Ich habe jetzt keine Lust, alles nochmal durchzulatschen. Hier. Nee, hier lang. Oi, 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 oi. Ich bin beim Klettern sonst nie so nervös. Aber rutsch nicht aus. Da muss ich Ihnen beipflichten. Free Climbing. Ey, habt mal Vertrauen hier. Nur keine Panik, Paul. Ja. Nur keine Panik. Und nochmal den letzten Hopser. Oh, ho, 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 ho. Was haben wir denn dort? Einen Malzüge. Ja. Na prima. Da kannst du einen drauf lassen. Ja. Ach, was mache ich denn? Speichern. Genau. Boah. Das ist schon, äh, ja, ein wenig hart. So, jetzt gucken wir aber trotzdem mal kurz hier rein. Ob ich nicht irgendwas... Genau, lass uns mal hier gucken. Das ist eigentlich von der Betäubung, von der Runen her und vom Schaden her ist das eigentlich super. Falkenflug macht wenig Schaden, aber Runen und Betäubung. Überschwör, zwei zusätzliche. Lass mich da nochmal angucken. Ja, macht keinen Schaden. Sturm. Das macht Runenkraft. Das Eichhörnchen, ja, das ist geil. Ja, kriegst du aber einen Stein zu... Obwohl der gar nicht so schlecht wäre. Keiler, Ansturm. Betäubung. Schaden. Das ist natürlich die Krähen am höchsten, aber Runen. Deswegen sage ich ja, Zorn des Wolfes, der ist eigentlich am besten. So. Warte mal. Haben wir da noch irgendwas? Warte mal, vom Schaden her ist der sehr hoch. Brand. Ja, sorry, dass ich das jetzt noch mache, aber... Oh, guck dir das mal an hier. Vom Schaden her ist der auch super. Ah, nee. Ist das selber. Da ist etwas ausgeglichener. Aber der... Hier ist ganz gut, aber der Schaden ist nicht hoch. Brandschaden ist hoch. Nee, ich... Oh. Sparta an Sturm. Naja, komm, lassen wir das. Warte mal, hier haben wir ja auch... Nein, den Meteoroidenschlag, den lasse ich mal absolut. So, hier fangen wir natürlich. Seid vorsichtig. Ja, bin ich ja. Richte ich nur nie auf. Nur keine Panik, Paul. Mach dich bereit. Machst du mal hin? Hä? Nein, nein. Auf keinen Fall. Halt, du tickst da wohl immer sauber. Halt, du tickst da wohl. Hohohohohu. Bleib da, verehrte Ste. Aua. Aua. Vollartig. Vollartig. Ha, ha. Oh, der ist obwächst, oder? Nein! Du musst dich heilen! Ach so. Ja. Nein, nein, Schätzchen. Nein, nein, Schätzchen. Oh, nö, nö, nö. Tatsache. Ehrlich? Ja, irgendwann musste das ja mal kommen. Oh, Mann. Ja, habe ich den jetzt? Äh, muss ich das nochmal? Gar nicht. Wurde ich gut ausgewickelt, die beneint mich. Ja. Aber gut. Das musste ja mal passieren. Ging ja nicht anders. Ich hab bei den anderen, habe ich ja so eine, so eine Creme gehabt. Ja. Halt. Sorry. Na gut. Dann lass uns mal reinbrettern. Ich bin bereit. Oh, nein, Schätzchen. So einfach nur Hobbit. Alles klar. Oh, verpiss dich, der Kuh. Oh, nein. Aua. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ein App sender. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Ja, 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 ja. Oh, nein. Ja, da muss ich doch jetzt klappen hier. Ja, 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 ja. Oh, oh. Yes. Hm. Ah, Freiheit. Das stimmt, Werteste. Du bist frei. Ihr habt meine körperliche Gestalt vernichtet. Dafür bin ich euch unendlich dankbar. Mehr brauchen wir nicht. Dankbarkeit allein hält keine Waffen in Schuss, Junge. Walhall wartet. Lebt wohl. Ja. Boah. Gut, Sie Türken. Ey, ey. Das ist keine Beleidung. Das ist einfach nur so ein Spruch. Boah, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Geil. Fünf verzauberter Staub. Fünfzig. Noch eine Walküre, bitte. Wenn Sie getötet werden wollen, warum machen Sie es uns dann nicht etwas leichter? Ich bezweifle, dass Sie das selbst entscheiden können. Was meinst du? Wodurch auch immer. Sie sind blind vor Wut. Aber woher? Ich weiß es. Verzauberter Staub. War das jetzt alles? Ja. Moment, habe ich hier jetzt gerade... Kann das sein? Dass ich hier... ...ein Odings Haugen gehört habe? Also... ...Vogel. Läuft jetzt gar nicht. Hm, Ballfreierwappen, Sotrillwappen. Gucken, was hier noch drin ist. Boah. Juhu. Aber geil. Die Stimme ist beeindruckt. Für jemand, der eine Walküre besiegt, öffnet er eine neue Stufe an Prüfungen. Ich glaube, alle Schwerter sind wieder da. Okay. Äh. Whatever. Hier. Who the heck are you? What is that? Lass uns mal gucken. Jetzt will es wissen, ob wir bereit für die schwerste Prüfung sind. Ach du Scheiße. Na nein. Äh. Ich will... Nein. Beweisen Sie sich. Ja. Ich will mich auch nicht aufwärmen. Ja. Wieso soll ich mich... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ach. Moment. Irgendwo steht hier. Wieso ist hier oben ein Schwert? Mal probieren mal was. Ja. Und kann da nicht anfangen. Wir gehen mal... Hier hin. Genau. Lass uns mal da hingehen. Hm. Ist ja jetzt so eine Sache. Du kannst sie wegtun. Jetzt im Moment... Keine Gefahr. Nein, absolut nicht. So ist brav. Ah, guck mal. Da ist es schon. Herrlich. Boah. Was erwartet. Hast du hier von Zute des Spießrunden gehört? Nicht direkt. Aber das klingt nach dem Trainingsgelände des Feuerriesen, wo er sich in Form hielt für Händere. Ja, sorry, aber wir haben hier jetzt... Was darfst du denn sein? Ja, mit den neuen Zauber. Ähm... Zauber. Neue Zauber. Ach nein, nicht verkaufen. Verkaufen. Ding drauf. Kann ich nicht. Zauber. Was kann der? Was kosten die? Verkaufen sie einen Zauberplatz und... Ach so. Ah. Gut. Dann machen wir das halt so. Warte mal. Ja. Wir gehen jetzt mal weiter runter. Ja, sorry. Aber... Ich will die Guten hier nicht verkaufen. Gelb ist gelb. So. Verkaufen. Ach so. Verkaufen war man da. Ja. Kann ja möglich sein, dass... Äh... Ich dann mich dadurch verbessern kann. Richtig zauber. Ich weiß ja auch nicht, was die kosten. Was kriegen wir denn da für? Verzauber, der Staub. Und 1850. Ist da was? Äh... Nein, komm. Ich nehm euch jetzt da mit. Und, äh... Ihr kleidet genauso wie ich. Hier. Ist jetzt blöd. Nein, das war auch nicht blöd. Gehört ja wohl zum Spiel. Was ist das denn hier? Ein Wohl des Herzens. Wille verkaufen. Nachher brauche ich da welche, wa? So. Jetzt heißt es kaufen. Gut. So. Schwelende Glut. Moment. Ich muss erst mal gucken, was... Nein. Verbessert werden kann. Wie sieht der gegen meinem aus? Naja. Glück geht hoch. Wie sau. Hab mir... Vitalität geht hoch. Ja. Obwohl, bleibt gleich. Ähm... Lass uns den mal verbessern, weil da... Was geht denn überhaupt weg? Runen gehen weg. Aber das kann ich ausgleichen. Ja. Lass uns den mal verbessern. Das ist ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eigentlich? Genau. So. Ähm... 23, 68, da ist 75, da ist 23, da ist Glück, 53. Vitalität geht hoch. Ohne die Abklingzeit. Das passt mir nicht. Ne. Das ist mir doch ein bisschen... Was hat das denn für ein... Für ein bisschen... Gesundheits... Wenn der Gesundheitsbein... Und gerade noch gewährt die Verwender von Heilungssteinen Rage. Wenn Kratos... Achso. Ne. Erhöht den Schaden durch Kratos Standardangriffe enorm. Jedoch auch den Schaden... Äh. Ne. Hüftrüstung. Welche habe ich da an? Hüftschutz der Walküre. Gürtel der Vergessenen. Resistenz gegen... Hm. Hohe Bunn auf einen Ruhensegen bei einem Ruhnenangriff. Es ist ja... Ist ja schon... Äh... So. Macht der Walküre. Moderate Bunn sind ja auch stark der Walküre bei erfolgreichen Exekutionsspalter, wodurch beim nächsten Angriff massive Explosionen... Ne. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ne. Ähm. Zauber habe ich gesagt. Ne. Genau. Nein. Ich wollte doch gucken. Mal gucken, wie das aussieht. Vitalität geht runter. Egal. Die rostige Rüstung. Brox. Stärke geht hoch. Runen. Glück geht um 87 runter. Abwehr 13. Aber das könnte ich ja... Das gleiche ich ja fast aus. Da geht es noch weiter. Lodernde Magma-Schulterrüstung. Zum Erzeugen eines Feuerschittels die Brandschaden zufügt und unterbrochen. Und unterbrochen Rüstung sieht das ganze lodernde Magma-Set aus zu erhöhen. Hm. Hm. Wisse genau, das ist da nämlich. Ich weiß nicht. Keine Abschmacke. Die Valdis Rüstung. Hilflingbegierung. Brustschild. Vitalität. Ne. Ich... Äh... Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, ich kann... Achso, halt. Rüsten wir dich aus. Ja, verbessern. Kaufen. Zauber. Lass uns da mal machen. Feuersplitter. Was kann das? Verlängert die Dauer der Runenangriffsgabe des... des Apollo-Bonus auf Unkraft und Glück. Na geil! Auch Waldis Feuersplitter. Kann ich da noch einen machen? Ne. Frost. Kaufen Sie einen kurzen Schub, der Runenkraft gewährt, wenn die Runenangriffsberührung eingesetzt wird. Die Verwendung des Runenangriffs, die Hilsberührung gewährt einen Runensegen. Bonus auf Vitalität und Abklingzeit. Geil! Kaufen Sie einen zufälligen Ruh... Durch den Runenangriff, die Feistos-Schuss, habe ich nicht. Tartarus-Rage. Ne. Zorn des Athemis. Da muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen. Leckofonny, das kann ich nicht mit euch machen. Ja. Sorry. Ähm... Das wird dann eine ziemlich kurze Folge hier, aber das ist auch mal nicht so tragisch. Und das wird etwas länger dauern. Das ist echt heavy. Okay. Also, bis gleich. So, jetzt gebe ich euch mal ein Update. Ja. Ähm... Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. So. Rüstung habe ich. Schulterrüstung des Vergessenen. Die habe ich genommen. So, jetzt gehen wir mal zu den Plätzen. Türsplitter habe ich behalten. Chiorz Frostsplitter. Die habe ich genommen. Die gibt auf der Runenangriff Tarmus Atem. Und hier. Borst Frostsplitter. Die Verwendung des Runenangriffs zur Heldsberührung gewährt einen Runensägen. Das habe ich gemacht. Dann habe ich... Äh... Nee. Sekunde zu den Plätzen. Äh... Borstsch... Und da ist nochmal Runenangriff Tarmus Berührung zum zweiten Mal. Dann nochmal Rotsplitter. Tarmus Atem. Und das Leviathanauge. Das hatte ich schon drin. Ja. So. Türs verlorener Gürtel der Eintracht. Das habe ich... Äh... Nein. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Äh... Geheimrunenkraft. Richtig. Brillante Schuppe des Gefesseln. So. Bonus. Moderater Bonus auf einen Runensägen bei einem Runenangriff. Dann habe ich diesen hergestellt. Da habe ich eine ganze Rüstung für verkauft. Äh... 85% Resistenz gegen Angriffe mit Frostsplitter. Brand und Gift. So. Schuppe der Mächtigen. Äh... Sekunde. Stärke. Gratis. Gesundheit. Äh... Nein. Das... Oh. Den könnte ich auch abändern. Jo. Und das habe ich geändert. Talisman des Verrats. Den habe ich geändert. Den habe ich auch hochgebracht. Auf 9. Ähm... Wenn ihr oben rechts guckt. Ich hatte 1,2 Millionen XP. Und Hacksilber hatte ich auch nochmal 1,3 Millionen. Und ich habe schon umgetauscht. Von den 1,2 Millionen habe ich wieder rübergetan. Könnt ihr sehen. Ungefähr 500.000 habe ich rübergetan. Ja, sagen wir mal knapp 500.000. Damit ich da wieder Kohle habe. Und äh... Mit den Plätzen... Antwaris Seele. Nein. Die Waldis verdorbener Zustand. Nein. Und Herz von Warnaheim. Hatte ich auch. Und natürlich, wie ihr seht, die Schulterrüstung des Vergessenen. Die hatte ich auf jeden Fall... Die hat nicht richtig Kohle gekostet. Knapp... Ja. Knapp 450.000. Und äh... Ja. Das ist so das Update. Moment. Die Waffen... Ne. Da habe ich nichts gemacht. Genau. Ähm... Sekunde. Habe ich hier irgendwas gemacht? Will ich nochmal gucken? Griff der Vergessenen Flamme. Nein. Den hatte ich... Nee. So. Das ist das Update, was ich euch geben wollte. Das hat jetzt gedauert. Was? Hm. Dreiviertelstunde. 50 Minuten. 100 Minuten. Hat das alles gedauert. Bis ich alles durch hatte. Und und und. Ja. Und da wollte ich euch nicht mitnehmen. Ja gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Hm. Wo? Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall irgendwo hier. Bei dem nächsten 3 Schlüssel. Okay.